Dölit gibt seine Meinung ab, Mose vs. Ocean, die Breeze 2 oder die KFS 2. Was man natürlich direkt erstmal bedenken muss, die Pfeifen kommen so ein bisschen antizyklisch, ne? Das heißt, erst war die Breeze da, dann kam eine ganze Weile später die Kai Eve. Dann kam irgendwann die Breeze 2, dann kam eine ganze Weile später die KFS 2. Aber gucken wir mal rein, mal gucken, was David sagt. Ich liebe Zuschauerfreunde, ich habe heute mal wieder ein Vergleichsvideo für euch. Und zwar vergleichen wir heute die KFS 2 gegen die Mose Breeze 2. Welche ist besser, was kann welche besser, wie sehen die hakten Fakten aus? Und das werden wir heute miteinander vergleichen, diese beiden kleinen Schätzchen und beliebten Pfeifen. Einfach nur ein Vergleich, ey, wie ist eine KFS 2 gegen eine Mose Breeze 2? Direkt am Anfang kann ich auch dazu erwähnen, im Mose-Shop bekommt ihr mit dem Code SWG, wenn ihr was bestellt, ab 50 Euro Einkauf, was kostenfrei dazu und ihr supportet mich. Da gibt es zum Beispiel die Mose Breeze 2 oder die KFS 2, die gibt es zum Beispiel bei Shisha Union und mit dem Code SWG 10, 10% günstiger. Fangen wir doch mal mit dem ersten Fakt an. Wenn wir die Mose Breeze 2 bestellen, gab es am Anfang einen schönen Holzkoffer dazu, den man auch hier einfach öffnen kann. Und dort ist dann alles enthalten gewesen. Diesen gibt es jetzt nicht mehr. Dort gibt es jetzt eine Pappbox mit Magnetverschluss. Finde ich auch sehr, sehr schön. Das mit diesen Holzdingern, das muss einfach unglaublich umständlich gewesen sein. Ich glaube, ein bisschen Pappe ist auch umweltfreundlicher, als eine Full-on-Holz-Verpackung extra zu machen. Ist dann komplett einmal die Mose Breeze 2, so wie sie hier dasteht. Ich weiß, das ist ein anderes Glas. Ich habe das originale Glas leider zerdeppert, aber das sieht dem, was sich zum originalen Nächsten aus. Und ein Mundstück gibt es dazu. Wenn wir die Ocean Hooker KFS 2 bestellen, gibt es einmal einen Pappkarton, wo denn die Pfeife enthalten ist. Und darin verbirgt sich dann direkt auch eine Tasche, die direkt mit dazu ist. Dann ist natürlich die KFS 2 dort drin, auch wieder mit einem Mundstück. Wann sind diese beiden Pfeifen erschienen? Die Mose Breeze 2 ist Ende 2020 erschienen und die KFS 2 ist Ende 2021 erschienen. Genau, das weite ich. Sogar ein Ja dazwischen. Das ist dann natürlich krass. Seht das bitte als Punkt, weil bei der Breeze 2 ist natürlich einiges an Zuhörer schon rausgekommen. Vielleicht kommt noch einiges an Zuhörer bei der KFS 2 raus. Die Mose Breeze 2 besteht aus Edelstahl, Pomme, Epoxidharz und Acrylharz. Die KFS 2 besteht aus Edelstahl und Acryl. Noch bei beiden würde Glas dazu zählen. Die Höhe ist bei der Mose Breeze 2 40 cm und ein Gewicht von 1,7 kg. Bei der KFS 2 sind es 41 cm und 2,7 kg. Also die KFS 2 ist genau 1 kg schwerer. Das ist eine Menge bei der Größe, ne? 1 cm höher als die Mose Breeze 2. Natürlich muss man auch dazu sagen, klar ist, die Mose Breeze 2 hat Edelstahl-Teile, aber natürlich nicht so viele wie die KFS 2. Die KFS 2 hat halt zum Beispiel eine Edelstahl-Base und das macht halt schon die KFS 2 etwas schwerer. Preislich unterscheiden sie sich nicht wirklich, da sind es nur 10 Euro Unterschied. Die Mose Breeze 2 kostet 149,90 Euro, die KFS 2 kostet 159,90 Euro. Also da sind es auch nur 10 Euro Unterschied. Ja und 10 Euro für Edelstahl-Base und Tasche ist halt eigentlich ein guter Deal. Die Mose Breeze 2 gibt es in 9 verschiedenen Farben, die KFS 2 gibt es in 10 verschiedenen Farben. Bei der KFS 2 sind es aber verschiedene Sleeve- und Bowl-Varianten, also damit sind Varianten im Shop gemeint. Ich habe einmal in den Ocean Shop geguckt und ich habe einmal in den Mose Shop geguckt. Da sind es bei der Mose 9 Varianten und bei der KFS 2 gibt es bei beiden halt sehr, sehr schöne Colorways, ne? 10 Varianten. Aber man muss natürlich dazu sagen, die Mose Breeze 2, da gibt es schon von vielen Fremdfirmen, von vielen anderen Firmen. Oh ja, das stimmt. Mir fällt jetzt lustigerweise wirklich keine ein, da gibt es natürlich schon viele verschiedene, Hydro-Smog zum Beispiel macht Sleeve für die Mose Breeze 2. Da gibt es schon verschiedene Sleeve-Varianten. Zum Beispiel dieses Drachen-Sleeve, wo dann der Rauch auch wirklich aus dem Drache rauskommt, also da gibt es schon echt wilde Sachen mittlerweile. Natürlich bei der KFS 2 noch nicht so populär, weil die KFS 2 gibt es halt nun mal kürzer. Beide Pfeifen haben einen Schlauchanschluss, der einfach per Reinstecken festhält, kann man sagen. Beides Pfeifen sind Steckpfeifen. Beide besitzen einen Diffusor, der abschraubbar und andersrum draufschraubbar ist, dass man ihn ohne Diffusor raucht. Aber keinen verstellbaren Diffusor. Beide haben auch kein verstellbares Tauchrohr. Und sie haben auch beide keinen verstellbaren Durchzug. Beide besitzen außerdem auch ein Closed-Tremor-System, um den alten Rauch komplett auszupusten. Vom Reinigungsaufwand sind beide komplett zerlegt. Wobei man da sagen muss, das ist bei der Breeze natürlich weniger nervig. Dafür hat die Ocean halt auch das coole System, das du umstellen kannst. Ist also auch wieder für manche Leute ein Vorteil und für andere ein Nachteil. Und da seht ihr jetzt einfach mal im Vergleich die Mosebreeze 2 gegen die KFS 2. Die KFS 2 hat ein paar Teile mehr, aber das liegt auch einfach an einem System, was die KFS 2 besitzt. Und zwar der Besonderheit ist, dass die KFS 2 in dem Sinne zwei, ich sag immer zweieinhalb Blow-Offs hat. Und zwar können wir einfach am Teller drehen und damit verstellen wir den Blow-Off. Werden wir auch gleich beim Rauchen nochmal sehen. Bei der Mosebreeze 2 haben wir von Werk aus vier Blow-Offs zum Verstellen. Es sind natürlich auch noch mehr möglich. Wahrscheinlich sind es auch fünf oder sechs. Und durch verschiedene Sleeve-Varianten sind es dann natürlich noch mehr. Müsste man natürlich auch bei der KFS 2 sehen. Wenn dort mal verschiedene Sleeves mit Löchern oder sowas rauskommt, zum Beispiel von Hydrosmoke, dann würde da ja auch noch mehr Blow-Offs dazukommen. Aber von Werk aus zwei, beziehungsweise zweieinhalb und vier Blow-Offs. Weitere Besonderheiten bei der Mosebreeze 2 ist, dass es auch eine weiße und auch eine Edelstahlbase einzeln zu kaufen gibt. Die kann man sich einzeln im Mose-Store ordern. Eine Besonderheit der KFS 2 ist, dass die Sleeves der KFS, also der 1er, auch an die Zweier passen. Das geht bei der Mose nämlich nicht. Ich glaube, die passen drauf, aber nicht perfekt. Und du hast dann natürlich nicht die Blow-Off-Möglichkeiten. Also könntest dann trotzdem nur den Blow-Off von unten benutzen. Sowie natürlich auch die Tasche, die im Lieferumfang enthalten ist. Das ist natürlich auch eine Besonderheit. Und es gibt bestimmt Leute, denen genau das wichtig ist. Safe. Noch eine Besonderheit ist, dass es natürlich auch die KF 2 gibt. Das heißt, es gibt diese auch in groß. Das gibt es zum Beispiel bei der Mosebreeze 2 nicht. Ansonsten würde ich sagen, haben wir jetzt eigentlich alle harten Fakten erstmal durch. Und würde sagen, dass wir jetzt zu dem spannenden Teil kommen. Und das ist nämlich das Rauchen. Wir werden beide Pfeifen gleichzeitig anmachen und natürlich auch gleichzeitig rauchen. So Freunde, da sind wir wieder zurück. Beide Pfeifen sind an. Das heißt, bei der Kaif hast du Schlauch und Tasche mit dabei. Was du bei der Breeze nicht hast. Jetzt vergleichen wir mal die Pfeifen gegeneinander beim Rauchen. Was ich als erstes dazu sagen kann, ist, dass das Kaif-Mundstück ein Stückchen länger ist. Das sind so 5 cm wahrscheinlich länger. Das ist auch wieder ein Vor- und Nachteil. Ich finde das Kaif-Standard-Mundstück von der Länge her besser als das kurze Mose. Ich finde aber, wenn du dir die Verlängerung bei dem Mose-Mundstück kaufst, die Länge wiederum besser als bei der Kaif-S. Also das ist auch wieder eine Frage von Präferenz. Bei der Kaif musst du dir aber immerhin nichts dazu kaufen. Dann klären wir mal das Ansprechverhalten und das Durchzugverhalten von den beiden Pfeifen. Wir fangen mal mit der Mose-Breeze 2 an. Übrigens ist das die mit dem weißen Schlauch und mit dem Mose-Breeze 2-Mundstück. Der Hammer. Sehr, sehr direkt. Ist identisch. Ist 1-1 identisch. Also ich spüre da... Also wenn, dann müsste die Breeze ein kleines bisschen schlechter sein, weil sie einen Zentimeter höher ist oder so. Wobei der Kopfadapter ist dann bei... Die sind fast gleich hoch. Das heißt, der Weg ist derselbe. Also wird das auch sehr identisch sein. Ein Unterschied, das ist ja vielleicht mit einem Gerät vielleicht 0,1% Unterschied, aber es ist eigentlich nicht spürbar. Die sprechen beide direkt an. Deswegen, bei den zwei Pfeifen kannst du höchstens sagen, willst du den Blow-Off umstellen oder willst du mehr Möglichkeiten zum Umbauen haben. Das ist vielleicht ein Unterschied, ja. Aber ansonsten ist bei den beiden Pfeifen halt nun mal sehr, sehr viel Geschmackssache. Und wenn du sagst, dir gefällt das mit dem etwas kleineren Teller von der Breeze besser, dann ist das so. Aber das kann halt bei anderen Leuten wieder komplett anders aussehen. Das ist einfach Geschmackssache. Die Grammzahl abmessen müssen und die Höhe exakt gleich bei beiden, damit du da auf den Durchzug schließen kannst. Weil könnte ja auch einfach sein, dass der eine Kopf jetzt ein bisschen anders ist als der andere und dann ist das schon wieder schwierig zu sagen. Moselbreeze 2 ist etwas, aber wirklich ganz leicht. Das ist vielleicht ein Prozent ist, die leichter vom Durchzug. Am besten den Kopf wechseln. Ja, das wäre ein guter Weg gewesen, Gary. Mit demselben Kopf beide probieren. Und dann natürlich das Besondere bei den beiden Pfeifen sind natürlich auch die Blow-Offs. Fangen wir mal mit der KF-S2 an. Die hat natürlich zwei Blow-Offs, zweieinhalb in dem Sinne, weil man ja den Teller auch auf eine Mittelstellung stellen kann. Man hat einmal den Blow-Off. Einfach klassisch aus dem Teller, so wie es mittlerweile einige Pfeifen haben. Da war die Moselbreeze sogar einer der ersten auf dem Markt mit. Aber hat die KF-S2 auch einen Teller-Off und wenn man am Teller dreht, pustet sie nach unten hin aus. Man muss nichts umschrauben, man muss nichts umstecken. Einfach während des Rauchens. Das ist schon sehr nice. Ich finde mal das beste Beispiel ist, man zieht. Und beim Auspusten kann man den Blow-Off sogar ändern. Sehr, sehr geile Technik. Gibt es zum Beispiel auch so bei der Prime Pro X. Daher kannte ich die Technik als erstes. Wenn du den Teller, ich weiß nicht, ob man mich noch richtig sieht, nur so ein Stück bewegst, dann hast du oben und unten gleichzeitig den Blow-Off. Zwei zum Umstellen, ein zum Umbauen. Nach einem kurzen Lüften machen wir bei der Breeze 2 weiter. Wie sieht es da aus mit dem Blow-Off? Es ist jetzt auf Teller-Blow-Off eingestellt in dem Sinne. Umgebaut. Es ist einfach schwierig. Ich wüsste auch nicht, was ich nehmen will. Weniger Blow-Offs, dafür umstellbar oder mehr Blow-Offs und umbaubar. Es ist bei den beiden Pfeifen auch einfach schwierig. Und da haben wir natürlich auch diesen Teller-Blow-Off. Natürlich gibt es bei der Mosel-Breeze 2 auch noch drei weitere Blow-Offs. Einmal von der Base nach oben, dann gibt es noch vom Teller nach unten und natürlich noch zu guter Letzt vom Teller nach oben. In dem Sinne Richtung Kopf. Das sieht in dem Sinne aus, als würde man den Kopf kühlen. Wie gesagt, mit anderen Sleeves sind auch noch mehr Blow-Offs möglich, die es von anderen Firmen gibt. Natürlich muss man auch, wie gesagt, dazu sagen, das kann bei der KFS 2 natürlich auch noch kommen, solche Sleeves von anderen Firmen. Aber was man grundlegend dazu sagen muss, bei der KFS 2 hast du zwei Blow-Offs durch einfaches Teller drin. Bei der Mosel-Breeze 2 musst du umschrauben. Es geht nicht anders, den Blow-Off zu ändern. Da kommen wir eigentlich schon zu meiner persönlichen Meinung. Fangen wir mal an mit der Mosel-Breeze 2. Ich mag bei der Mosel-Breeze 2 einfach die Sleeves. Die sind einfach einzigartig. Ja, diese Kombination aus Clear-Farbig und diese Elemente da drin ist schon sehr schön. Aber auch bei der Kaif gibt es sehr, sehr schöne Farbkombis. Es ist ein einziges Dilemma. Ich mag das gelbe Sleeve zum Beispiel unnormal, weil es so ins Auge sticht. Ich mag auch das lila. Ich mag gelb zum Beispiel gar nicht. Auch da ist halt einfach wieder Geschmackssache. Der eine mag das, der andere mag das. Das ist einfach so. Das rote, das blaue, da sieht jede Sleeve eigentlich wirklich geil aus. Natürlich mag ich auch bei der Breeze 2 diese Blow-Off-Varianten. Aber da muss man halt natürlich dazu sagen, wie oft schraubt man sie und im Endeffekt lässt man sie auf den Teller-Blow-Off. Ich habe tatsächlich meine daheim nicht auf den Teller-Blow-Off. Ich habe meistens den Kopf-Blow-Off. Also ich muss Dylit recht geben und widersprechen. Man baut nicht oft um, aber ich würde nicht sagen, dass nur der Teller-Blow-Off genutzt wird. Ich mag einfach... Und selbst wenn, man hat halt die Möglichkeit dazu. Aber dieses Breeze 2 Design im Gesamten macht sie zu einer der schönsten kleinen Pfeifen. Ich mag bei der KFS 2 einfach dieses Einfachheit den Blow-Off zu verstellen. Einfach nur am Teller drin. Und fertig ist der Lachs. Du musst nichts für... Fertig ist der Lachs. Umschrauben oder rumhantieren, wie zum Beispiel Brader Breeze 2. Dass es eigentlich komplett Edelstahl ist. In dem Sinne komplett ist ja die Mose Breeze 2 auch. Aber wir haben halt hier eine Edelstahl-Base. Das macht es etwas hochwertiger. Zusätzlich mag ich bei der KFS 2 auch, dass direkt eine Reisetasche dazu ist. Bei der Mose Breeze 2 müsste man etwas aufpassen beim Transportieren. Es gibt so bei beiden Pfeifen... Muss ich aber sagen, ich habe hier tausend Reisetaschen rumliegen und ich benutze die nie. Also selbst wenn ich die Taschen habe, ist es glaube ich immer noch typenmensch, artabhängig, wie auch immer. Ob man sowas macht oder nicht. Ich stelle die Pfeifen meistens auf den Rücksitz, schnalle die an, stelle die in den Fußraum. Sag ich mal, vom Rauchtechnischen her ist es eigentlich identisch. Nur empfindet man das mit dem Teller geil, das Umschrauben. Also einfach nur drehen. Mag man hier vielleicht das Umschrauben. Mag man vielleicht hier die knalligen Farben mehr. Aber mag hier, dass das mehr eine Edelstahl-Base ist oder so. Vielleicht gefallen einem hier die Farben mehr oder so. Ich finde persönlich, man muss es irgendwo selber wissen, was man persönlich designlich mehr mag. Man muss es irgendwo selber entscheiden. Genauso auch wie bei den Mundstücken. Mag man das KFS 2 Mundstück, so wie es aussieht. Das hat übrigens auch Cuts drin. Oder mag man das Mose Breeze 2 Mundstück. Gewicht her, übrigens auch ist das KFS 2 Mundstück auch ein bisschen schwerer. Es ist ja auch ein bisschen proppiger. Es ist nicht scharfkantig, es fühlt sich beides identisch an. Und es sind beides Top-Pfeifen wirklich. Man muss natürlich auch dazu sagen, ich finde, dass die KFS 2 zu ihrem Release etwas unterging. Also sie kam raus und es war irgendwie die KFS die normale Bekannter. Ich dachte, okay, krass, das wird richtig schallend mit der KFS 2. Aber sie ging irgendwie etwas unter. Es ist eine Top-Pfeife. Und die Mose Breeze 2 ist auch eine Top-Pfeife. Im Endeffekt, macht das bitte vom Design aus. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich bin sehr gespannt, was der Nachfolger von der Breeze ist. Ob es die Breeze 3 denn ist. Wird sehr, sehr lustig mit meiner Aussprache denn. Und natürlich auch, wie es denn... Ich weiß aber auch nicht, ob Breeze 3, Breeze 2 kannst du so richtig schön sagen. Breeze, die 1, Breeze 1, Breeze 2. Breeze 3, 3 ist, glaube ich, für Deutschland Breeze 3. Aber 3 ist dann auch... Naja, gucken wir mal, was Mose dann macht. Wenn man mit der KFS 2 weitergeht. Kommt da noch mehr Zubehör? Wann gibt es die KFS 3? Da ran soll... Einfach zu 4 gehen. Ja, perfekt. Man kann eigentlich noch gar nicht denken, weil sie ja gefühlt erst 3 Monate draußen. Es ist, glaube ich, auch erst 3 Monate draußen. Breeze 3 wäre natürlich easy. Breeze 3, sagt die Carmen. Breeze 3. Breeze 3. Breeze 3. Breeze 3. Breeze 3, das wäre cool. Aber die KFS 2 mag und zu klein ist. Breeze 3, das ist auch gut. Breeze 3, das ist auch gut. Breeze 4, das wäre auch wild. Gut. Ja, aber cooler Vergleich. David, ich habe mit dir gelitten, Digga. Ich habe mit dir gelitten, weil ich verstehe deine Aussage so. Es ist super schwer, zwischen den beiden zu entscheiden. Im Endeffekt kommt es auf super viele Geschmackssachen an. So, willst du mehr Blow-Offs aber umbauen? Willst du weniger Blow-Offs aber umstellen? Gefällt dir die besser oder gefällt dir die besser? Weil im Grunde sind es beides gute Pfeifen.